Hallo und herzlich Willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine fahren möchten. Hallo und herzlich Willkommen zur 33. Ausgabe von Weinverstehen leichtgemacht vom 31.10.2020. Unser heutiges Thema ist der zweite Teil der deutschen Weißweine und wir werden heute auch entsprechend zwei Weißweine wieder probieren und diesmal kommen beide Weine aus der umfangreichen und berühmten Burgunderfamilie. Wir probieren heute einen Weißburgunder aus Württemberg von Graf Adelmann und einen Grauburgunder von der Winzervereinigung Saale Unstruth. Zunächst einmal wieder wie üblich etwas Hausmeisterei. Als erstes möchte ich euch die Gewinner meines kleinen Preisausschreibens vorstellen und präsentieren. Zum einen hat David den 10 Euro Gutschein für meine Online-Weinkurse gewonnen und zum zweiten Ute von der Seite Helfen schmeckt gemeinsam besser. Ja, liebe Ute, ich habe schon versucht, dich anzuschreiben über den Facebook-Messenger, wenn du die Podcast-Serie hörst. Dann schau doch da mal rein oder melde dich bei mir. Ich würde dir dann ganz gerne auch deinen Preis aushändigen in Form eines 10 Euro Gutscheins eben wie versprochen für meine Online-Weinkurse. Ja, das Preisausschreiben hat für mich zumindest seinen Zweck erfüllt. Ihr habt euch fleißig und rege bei mir registriert. Mittlerweile ist die Facebook-Gruppe schon auf 50 Mitglieder gewachsen. Das freut mich sehr und die Interaktion findet auf dieser Plattform auch rege statt. Und ich denke, für euch hat es natürlich auch einen Mehrwert, in regelmäßigen Abständen Updates, News und so weiter aus der WVLG-Welt zu bekommen. Dann möchte ich noch mal die Werbetrommel rühren, und zwar für meine Online-Live-Weinprobe am 15.11. um 16 Uhr. Diese Weinprobe ist ja als Ergänzung, als Erweiterung zum Podcast gedacht. Dort werden wir ja drei Weißburg-Gunder höchstwahrscheinlich aus Österreich, Südtirol und dem Elsass probieren. Wahrscheinlich das deswegen, weil Corona auch hier wieder seine Schatten vorausschmeißt, vorauswirft und die Verfügbarkeit von dem einen oder anderen Wein nicht hundertprozentig garantiert ist. Somit gibt es ein kleines Fragezeichen. Aber ich werde mein Bestes tun, eben aus diesen drei Ländern die Weißburg-Gunder zu besorgen. Der Anmeldeschluss ist der 7.11. Damit noch genügend Zeit verbleibt, euch die Weine dann entsprechend auch zu schicken. Ja, was werden wir dort machen? Wir probieren drei Weißburg-Gunder in circa zwei, zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie viele Fragen und Rückmeldungen es von euch gibt. Wir besprechen dann die Rebsorte nochmal im Detail, probieren die Weine parallel, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuschmecken, die Eigenheiten und die Charakter der einzelnen Ursprungsregionen ein bisschen zu erschmecken. Und das wäre somit auch die erste Möglichkeit, mal live und in Farbe gemeinsam in Interaktion zu treten. Und ihr könnt diesen Kurs auf meiner Seite buchen, ganz normal. Da habe ich auch ein kleines Pop-up eingerichtet, dass ihr seht, wenn ihr auf meine Podcast-Seite, also weinpodcast.de geht oder eben auch auf meine Online-Weinkurs-Seite online-weinkurs.de und dann eben auf das erste Webinar. Dann kommt ihr auch auf meine Landingpage des Startups, das mir diese Möglichkeit eingeräumt hat. Ich würde mich über eine zahlreiche Teilnahme freuen. Ein paar Leute haben ja schon geschrieben, dass der Termin für sie nicht passt, sie so grundsätzlich aber ganz gerne teilgenommen hätten. Ja, da kann ich nur sagen, wenn der Bedarf oder der Wunsch eurer Seite für solche Veranstaltungen zahlreich besteht, dann werde ich das in Zukunft natürlich noch häufiger anbieten und auch mit verschiedenen Datums. Das ist jetzt ehrlich gesagt für mich so ein bisschen ein Testballon und ich würde mich deswegen auch freuen, wenn dann möglichst viele von euch mitmachen würden, damit wir auch gemeinsam dieses Format dann etwas weiterentwickeln können. Also wer Lust hat, bucht eure Teilnahme für den 15.11.16 Uhr. Ab 39 Euro bekommt ihr den Zugang zu diesem Online-Weinkurs, Weinprobe und dann hoffe ich, dass wir uns dort an dieser Stelle dann entsprechend sehen. Das zweite Wichtige ist für mich, ich möchte euch bekannt geben, dass der nächste Online-Weinkurs freigeschaltet worden ist und zwar habe ich ja ein bisschen außerhalb der Reihe jetzt die Weinkurse erstellt. Das liegt schlicht und einfach daran, wie ich die Weine geöffnet habe, in welcher Reihenfolge das Sinn macht, weil die eine oder andere Wein wird ja auch in verschiedenen Kursen mehrfach verwendet. Lange Rede, kurzer Sinn, der zwölfte Weinkurs mit dem Titel Likörweine in Klammern aufgesprittete Weine ist online und damit gibt es auch ein neues Bundle. Den Kurs könnt ihr einzeln für 29 Euro kaufen, genau wie den Süßweinkurs und das Ganze gibt es eben auch im Bundle, dass sich da Aperitif und Dessertweine schimpft und dieses gibt es dann auch mit einem kleinen Preisvorteil für 54 Euro. Damit sind noch zwei Kurse übrig, nämlich weiße Schaumweine und rote Schaumweine. Die hoffe ich jetzt noch bis Weihnachten fertig zu bekommen. Das liegt auch leider Gottes ein Stück weit an Corona, sobald der Kindergarten wieder schließen muss, trotz aller Bekundungen, dass Schulen und Kitas am längsten offen bleiben müssen oder sollen zumindest, hängt es natürlich ein Stück weit daran. Ich gehe jetzt im Anschluss erst mal auf eine Woche Herbstferien, das heißt, ich mache hier weintechnisch den Laden zu und danach geht es dann mit der Produktion weiter und ich hoffe, dass dann im November noch genügend Zeit bleibt, die letzten verbleibenden zwei Schaumweinkurse zu erstellen und euch dann letzten Endes auch anzubieten. Und man möchte es ja nicht glauben, aber Weihnachten steht schon mehr oder weniger vor der Tür und ja, auch wegen Corona mache ich mir genau, wie ihr euch wahrscheinlich auch Gedanken, wie lässt sich der Heilige Abend dieses Jahr feiern, was kann man zu Weihnachten schenken und da vielleicht als kleine Anregung, wenn ihr Weinfreunde habt oder wie nur viele Bekanntschaften pflegt, dann zieht vielleicht in Betracht auch eine individuelle Online-Weinprobe als Geschenkgutschein zu verschenken. Da werde ich in Kürze auch auf Facebook verschiedene Werbungen schalten und auch Geschenke oder Geschenkgutscheine quasi für individuelle Weinproben anbieten. Das ist dann die ganz normale Preisstaffel, wie ihr sie jetzt schon auf meiner online-weinkurs.de-Seite findet. Und dann sprechen wir vorher über den Termin und welche Weine, die kommen dann nochmal on top drauf, aber gerade für Paare oder auch kleinere Weinrunden, denke ich, wäre das ein ganz schönes Präsent in Zeiten, wo man sich vielleicht nicht persönlich treffen kann. Das soll es gewesen sein mit der Hausmeisterei und dem Vorgeplänkel und wir starten jetzt wie üblich zunächst mal mit den drei Key Facts und dann geht es mit der Theorie gleich weiter. Die drei Key Facts von WVLG 33 sind Erstens, die Burgunderfamilie bietet eine erstaunliche Vielfalt an Weinstielen und verschiedenen Rebsorten. Zweitens, auch aus vermeintlich schlechten Rebsorten lassen sich bei einer bestimmten Fokussierung und handwerklichen geschickt hervorragende Weine machen. Und drittens, wie wir jetzt an diesen vier Beispielen gesehen haben, Deutschland hat und kann nicht nur Riesling, sondern ist eben auch prädestiniert für eine weitere Anzahl an weißen Rebsorten und Weißweinen. Wie immer vor der Verkostung zunächst etwas Theorie und ich möchte euch heute ganz kurz was zu den Rebsorten erzählen und euch die beiden deutschen Anbaugebiete etwas genauer vorstellen. Also zunächst mal zu der Rebsortenfamilie Burgunder. Ja, die Burgunderfamilie ist eine relativ große Rebsortenfamilie. Allen voran stehen natürlich die beiden Stars dieser Rebsortenfamilie namens Spätburgunder im roten Bereich und Chardonnay im weißen Bereich allen anderen haushoch überlegen sozusagen. Und diese beiden sind natürlich die berühmtesten, qualitativ hochwertigsten und natürlich auch die beiden Rebsorten, die in der namensgebenden Region Burgund oder Burgondie am meisten angepflanzt werden oder ausschließlich angepflanzt werden. Die anderen Rebsorten spielen aus der Burgunderfamilie in Burgund witzigerweise kaum eine Rolle oder gar keine. Das ist dann eher außerhalb von Burgund eine Sache, oder außerhalb des Burgunds werden dann andere Burgunder Rebsorten auch verstärkt angebaut. Meistens ist es so, dass das Wörtchen Pinot in dem Namen der Rebsorte auf die Zugehörigkeit zur Burgunder Rebsortenfamilie hinweist. Im Deutschen ist Pinot quasi Burgunder und auch dort taucht natürlich dann der Name Burgunder im Rebsortenname auf. Also wie gesagt, der Spätburgunder ist der große Star unter den Roten. In der letzten Folge im Interview mit Steffi haben wir ja uns sehr detailliert den Frühburgunder gewidmet. Eine kleine Spielart des Spätburgunders etwas früher, reifend etwas würziger, dabei vielleicht etwas uneleganter, klingt jetzt ein bisschen hart, vielleicht ein bisschen barocker, ein bisschen kerniger. Dann eine Rebsorte, die man kaum kennt. Und Pinot Libot spielt mengenmäßig gar keine große Rolle. Und dann, was überraschend ist, zählt auch der St. Laurent dazu. Dieser ist ja in Österreich sehr weit verbreitet und auf Französisch wird er eben auch Pinot Saint Laurent genannt. Daher würde sich die Abstammung deutlicher abzeichnen, aber St. Laurent zählt eben auch zu den Begründern. Und eine Rebsorte, die in Deutschland eine gewisse Verbreitung hat, ist der Schwarzriesling. Auch der gehört auch zur Burgunder Familie. Und in der nächsten oder übernächsten Folge wird es dazu auch ein Wein der Woche geben. Ich habe mir vor kurzem einen Schwarzriesling schenken lassen und war sehr begeistert und habe auch rein sensorisch die nahe Verwandtschaft zum Spätburgunder herausgeschmeckt. War mir da in dem Moment gar nicht mehr so bewusst, dass der Schwarzriesling auch zur Burgunder Familie zählt. Aber sensorisch war es naheliegend. Und daraus abgeleitet gibt es im deutschen Weinbau auch noch die rote Rebsorte Samtrot. Die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ja, und im weißen Bereich, wie gesagt, Chardonnay. Und angefochten an Platz 1 für mich einer der spannendsten und vielfältigsten Rebsorten mit einer faszinierenden stilistischen Bandbreite über alle Qualitätsstufen hinweg. Dann natürlich die zwei Protagonisten, die wir heute im Glas haben werden, Weißburgunder und Grauburgunder. Und dann gibt es eben auch noch den Oxarroir aus dem gleichnamigen Örtchen, auch im Burgund gelegen. Ja, findet hier und da auch in Deutschland Verbreitungen in dem Weingut in der hessischen Bergstraße, wo ich mein Praktikum gemacht habe, wurde auch Oxarroir angebaut. Spielt aber definitiv auch eine eher kleinere Nebenrolle, würde ich mal sagen. Im weißen Bereich, ja, wie gesagt, der Weißburgunder zählt eher zu den feineren, eleganteren Weinen mit einer kräftigeren Säure, mit einer viel helleren Farbe. Und hat, ja, ich glaube, die letzten Jahre schon eher an Zuspruch gewonnen. Beim Grauburgunder ist es ein bisschen das Gegenteil. Er hat zum Teil eine sehr, sehr kräftige Farbe, einen Kupferstich. Oft schon, man weiß gar nicht im Einzelfall, ob es sich dabei um einen Weißherbst, einen Blanc de Noir handelt oder um einen Rosé. Das kann wirklich sehr, sehr intensiv von der Farbe werden. Es ist ja auch nichts anderes wie eine Mutation vom Spätburgunder. Und in dieser Spielart eben sind noch relativ viele Farbpigmente in der Rebsorte enthalten. Eher säuremäßig auf der schwachen Seite, was ihn für viele Leute etwas langweilig, stumpf und barock erscheinen lässt. Die Aromatik ist oft sehr breit und diffus, nach gelben Früchten oft ins Exotische, wenn es zu reif wird. Und, ja, es mangelt ihm hier und da einfach an Eleganz. Und die Italiener mit ihrem, ja, Pinot Grigio, der in riesigen Massen produziert und verkauft wird, in zumeist eher einfacher Qualität, denke ich, haben ihren großen Beitrag dazu geleistet, dass Grauburgunder Pinot Grigio eben nicht mehr das Beste ansehen hat. Aber ob das so ist, wollen wir eben heute mit unserer Verkostung herausfinden. Unser Weißburgunder ist ja aus Württemberg. Württemberg ist ein Weinbaugebiet in Baden-Württemberg. Da sieht man wieder, dass die Landesgrenzen für die Zuschneidung der Weinanbaugebiete oder der Qualitätsweinanbaugebiete nicht unbedingt im 1 zu 1 zutreffend ist. Es gibt ja auch das Anbaugebiet Baden noch. Aber Württemberg hat ca. 11.000 Hektar und stellt damit ca. 10% der deutschen Weinproduktion dar. Im Wesentlichen ist es entlang des Neckars vom Bodensee beginnend bis nach Bürgstadt in Franken. Also eine sehr große vertikale Nord-Süd-Ausrichtung, wenn man so möchte. Das führt natürlich zu einer großen stilistischen Bandbreite, die man jetzt auch nicht unbedingt immer als typisch württembergisch vielleicht benennen kann. Sechs Bereiche wurden festgelegt für das Ambogebiet. Darin befinden sich immerhin 17 Großlagen und 200 Einzellagen. Ein kleiner Funfact ist der Weinbau am Bodensee, der zum Teil der Weinbauregion Baden zugeordnet ist, aber eben auch der Weinbauregion Württemberg. Und dort ist auch in der Nähe von Lindau am Nonnenhorn ein ganz klitzekleiner Bereich auf bayerischem Boden, also zumindest das Bundesland Bayern, wo dort Weinbau betrieben wird. Aber diese Enklave, möchte ich es mal nennen, ist weinrechtlich Württemberg zugeordnet. Und die ein oder anderen Winzer machen dann auf ihren Weinflaschenkappen obendrauf die bayerische Raute, um zu signalisieren, dass sie zwar Württemberg als Ursprungsbezeichnung draufschreiben müssen, aber es handelt sich quasi um einen bayerischen Qualitätswein außerhalb von Franken. Ja, sowas gibt es auch. Das sind dann die kleinen Verwirrungen und Funfacts aus der Weinbranche. Der Boden ist natürlich auch sehr unterschiedlich über diese große Distanz. Im Bodenseebereich befindet sich hauptsächlich Molassesediment. Entlang des Neckars finden wir viel Muschelkalk und Kuiper. In den Flusstälern an sich natürlich dann Schwemmböden von Sand, Löss und Lehm. Die Flusstäler sorgen natürlich auch für ein sehr positives Mikroklima. Die steilen Hänge des Neckars wurden entsprechend auch terrassiert, um sie bewirtschaften zu können. Und man findet eben hier durch die Ausrichtung des Flusstals mit der Hanglage, Steillage, eben auch sehr, sehr gute Bedingungen, um dort Wein anzubauen. Und dessen war man sich auch schon sehr frühzeitig bewusst. Die erste Erwähnung des württembergischen Weinbaus geht auf das Jahr 766 zurück. Und damit zeichnet sich Württemberg natürlich durch eine sehr, sehr lange Weinbautradition aus. Unser Wein, wie gesagt, heute von dem Weingut Graf Adelmann. Da befinden wir uns zwischen Stuttgart und Heilbronn in der Nähe von Ludwigsburg. Und das kleine Örtchen liegt an dem Zufluss des Neckars Murr, wo dann eben unser Weißburgunder heute herkommt. Und da bin ich sehr gespannt, wie uns dieser Weinern aus Württemberg, aus Weißburgundertrauben, gefällt. Die zweite Anbauregion ist wahrscheinlich einer der größeren Unbekannten. Es ist ein Hidden Gem, würde ich sogar sagen. Ein sehr, sehr spannendes Gebiet, was man kaum vor allem in Westdeutschland auf dem Schirm hat. Ich vermute, es liegt auch hier noch ein bisschen an der Teilung Deutschlands in den Köpfen. Jedenfalls ist das Qualitätsweinanbaugebiet Saale-Unstruth das nördlichste deutsche Qualitätsweinanbaugebiet. Ein relativ kleines mit nur 800 Hektar. Darin befinden sich vier Großlagen und 35 Einzellagen. Und es wurde auch ein Stückchen erweitert. Ein sehr spannendes Projekt ist zum Beispiel die Plantage der Weinberg am Geiseltalsee. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Tagebau, der renaturiert wurde. Und an den Nordhängen befindet sich dort eben auch ein Weinberg, der für gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hat und auch sogar noch erweitert werden durfte. Da sieht man schon, dass die ganze Region geprägt ist von sehr innovativen und jungen Wünzern, die wirklich sehr, sehr spannende Weine machen. Grundsätzlich sind dort 30 Rebsorten ganz gut vertreten. 75 Prozent der Fläche davon sind mit Weißen bestockt. Allen voran Müller-Turgau und dann eben unsere beiden Burgunder-Rebsorten, Weißburgunder und Grauburgunder und Bachus und natürlich noch ein paar andere. Und im roten Bereich ist es hauptsächlich der Dornfelder und Portugieser. Ja, Saale-Unstruth ein Doppelname. Dabei handelt es sich ganz grundsätzlich um zwei Flüsse, die im Wesentlichen im sogenannten Burgenlandkreis liegen. Da befinden wir uns südwestlich von Leipzig. Die Kreisstadt nennt sich Naumburg und zusammen mit Freiburg ist das das Zentrum des Weinbaus in dieser Region. Und unser Weinerzeuger für unseren Grauburgunder ist ja die Winzervereinigung Saale-Unstruth. Die befindet sich eben auch in Freiburg. Und der Wein ist ja ein Lagenwein. Und die Lage wird ja als Dorndorfer Rappental bezeichnet. Und Dorndorf liegt etwas flussaufwärts der Unstruth in dem Örtchen Laucher. Und dort, wenn ihr jetzt noch nicht ganz verwirrt seid, schaut es euch auf Google Maps an. Dort befindet sich quasi die Lage, wo dieser Wein herstammt. Ja, auch im nördlichsten Ambogebiet geht es natürlich nicht ohne das besondere Mikroklima, was diese Flüsse mit ihren Tälern eben schaffen. Man spricht auch hier oben im hohen Norden, möchte ich fast schon sagen, eben von Wärmeinseln. Und dazu zählt dieses Gebiet noch als das niederschlagsärmste Ambaugebiet Deutschlands, was natürlich für eine gewisse Konzentration an Aromen spricht, durch die Trockenstress oder zumindest sehr geringe Beregnung hervortreten kann und damit die Trauben oder die Reben gezwungen werden, sich stärker zu anstrengen und die Aromen in den Beeren dann zu konzentrieren. Also alles in allem ein kleines, aber feines, spannendes Gebiet, geprägt von innovativen, jungen Winzern, die knackige, frische, leichte Weine produzieren und es sich allemal lohnt, der Region einen Besuch abzustatten oder sich auch mehr Weine aus dieser Ecke mal genauer anzuschauen. Und es gibt natürlich in dieser Region auch einen VDP-Verband mit ein paar wenigen Mitgliedern, die auch hier wieder für eine ganz besondere Qualität stehen. So, dann kommen wir endlich zur Verkostung und deswegen sind wir ja auch alle hier. Heute also zwei Burgunderweine im direkten Vergleich, deswegen bräuchtet ihr aus Vorbereitung diesmal idealerweise zwei Weingläser, weil wir die Weine vielleicht nochmal parallel besprechen wollen und die beiden Weißweine selbstverständlich frisch aus dem Kühlschrank gekühlt auf 8 bis 10 Grad. Wir schauen ja auch dann nochmal, wie sich die Weine vielleicht bei zunehmender Temperatur entwickeln. Und eine weiße Unterlage, da empfiehlt sich natürlich der WVLG Tischset mit den Markierungen für die Verkostungsgläser. Ansonsten würde ich sagen, sind wir bereit zum Starten und wir beginnen mit Wein 1, unserem Weißburgunder aus Württemberg. Ja, zunächst mal wie immer der Blick auf die Flasche. Im direkten Vergleich der beiden Flaschen fällt mir schon mal die Flaschenform auf. Der Weißburgunder von Graf Adelmann, ein VDP-Mitglied, wie man sehr unschwer erkennen kann an dem VDP-Adler oben am Flaschenhals, hat sich für eine Burgunderflasche entschieden. Das ist zunächst mal ja auch durchaus naheliegend, wenn man einen Burgunderwein, also einen Wein aus einer Burgunder-Rebsorte kreiert. Und meistens ist die Verwendung der Burgunderflasche damit verbunden, dass man schon einen etwas, ich sag mal, wuchtigeren, breiteren, schwereren Stil vielleicht verfolgt. Und das drückt man eben schon mit der etwas bauchigeren Flasche aus. Die Schlegelflasche, die ihr ja in erster Linie von leichteren Weißweinen und auch Hiesling kennt, ist ja eine sehr hohe, schlanke Flasche, die eben schon den leichten, schlanken Körper des Weines auch in der Flaschenform ausdrückt. Aber hier ja, wie gesagt, der Weißburgunder eher der leichtere, filigranere, elegantere Bruder aller weißen Burgunder-Rebsorten. Und deswegen ein, ich möchte jetzt nicht sagen überraschend, aber jetzt gerade im direkten Vergleich mit dem Grauburgunder, der ja in einer sehr schmalen Flasche daherkommt, durchaus ein Kontrast, was ich eigentlich eher vielleicht andersrum erwartet hätte. Also der Graf Adelmann Weißburgunder befindet sich in einer Burgunderflasche mit dem VDP-Emblem, einen Schraubverschluss. Ich habe ja das Jahr 2016 hier vor mir. Auf der Rückseite steht dann eben noch deutscher Qualitätswein, wie es eben für VDP-Mitglieder üblich ist, für ihre Ortsweine nach dem deutschen Weingesetz die Qualitätsstufe, Qualitätswein quasi nur herzunehmen. Aus Ursprungsbezeichnung ist Württemberg erwähnt und das Ganze wird als Schlossabfüllung genannt. Ja, ich sage mal so, da er ein grafes, blaublütiges Blut in sich trägt, hat er vielleicht dieses meiner Meinung nach nicht vom Gesetz geschützten Begriff verwendet. Was er damit sicherlich meint, ist die Erzeugerfüllung, weil der Graf Adelmann auf Burg Schaubeck wohl zu Hause ist, wie man noch hier zu lesen hat. Und das Ganze ist in Steinheim-Klein-Bottwar. Das ist dann die Ortschaft, wo dieses Weingut zu Hause ist. Und hier hinten ist sogar noch die Serviertemperatur von 10 Grad erwähnt. Also ein, ich sage mal, im oberen Mittelfeld vielleicht des Weißweines. Und das Ganze hat in Anführungszeichen nur 12,5 Volumenprozent. Dann machen wir die Flasche mal auf. Der Wein hat also schon vier Jahre auf dem Buckel. Die Farbe des Weines ist vielleicht ein Tick dunkler, wie man es normalerweise von Weißburgundern erahnt. Das liegt mit Sicherheit an dem Alter des Weines. Die dunklen ja immer ein bisschen nach. Aber es ist trotzdem ein blasses Zitronengelb. Natürlich brillant. Klar, ein wässriger Rand ist ein bisschen auszumachen. Da merkt man ihm dann schon das Alter eben an. Und ansonsten ist der Wein optisch nicht weiter auffällig. Der nächste Schritt jeder Weinbeschreibung ist ja dann die Nase. Dann riechen wir mal ungeschwenkt in das Glas hinein. Und hier merkt man schon die typische Burgundernase, wie man manchmal hört. Es ist hier eine gelbe Frucht. Ich würde vielleicht sagen, Quitte, Birne, ein bisschen gelbe Melone, die ganz typische Burgundernase, die Burgunderaromatik, die man jetzt schlecht in Worte fassen kann, aber die eben sehr typisch für alle Burgunderrebsorten ist. Sehr reife Frucht, würde ich sagen. Ein bisschen gealtert, merkt man auch schon. Also es ist ein kleiner Alterungston vorhanden. Holz rieche ich gar keins bis wenig. Vielleicht ein bisschen Batonnage und länger auf der Hefe gelagert. Ja, also durchaus ein komplexer Wein, der schon in erster Linie geprägt ist von den Primäraromen, aber eben schon Anklänge von THC-Aromen hat und vielleicht vom Ausbau noch ein bisschen eine, ja, eine leichte Buttrigkeit vielleicht. Also durchaus eine komplexe Nase. Dann schwenken wir es mal. Ja, und da kommt jetzt dann die Zitrusfrische schon noch viel deutlicher raus. Also ich habe hier jetzt eine Limette, vielleicht ein bisschen was Herbes eben noch dazu. Ein bisschen Passionsfrucht kann ich mir hier noch reindenken, aber insgesamt würde ich schon sagen, sind wir hier eher im gelbfruchtigen Bereich. Der Wein strahlt auch eine gewisse Mineralität, mineralischen Charakter aus, wirkt etwas straff und steinig, auch ein bisschen nasser Stein. Und das Ganze wirkt auf jeden Fall nicht breit, sondern eher filigran und fokussiert. Dann probieren wir es mal. Ja, also der Körper bei diesem Wein ist schon Mittel bis Mittel plus, also gar nicht mal so ein Leichtgewicht. Das kann jetzt hier auch wieder an seinem Alter liegen. Die Säure ist nach wie vor lebendig und frisch und ein ganz leichtes Bitzel merkt man sogar noch. Also ich will jetzt nicht von Perlage sprechen, aber ein ganz leichtes Bitzeln habe ich sogar noch auf der Zunge. Die Aromen sind im Mund nicht ganz so prägnant und fokussiert wie jetzt in der Nase. Es ist ein bisschen breiter, was jetzt eben nicht ganz untypisch für Burgunder ist. Ich bin noch bei den gelben Aromaten, es wirkt im Mund aber deutlich citruslastiger, ein bisschen herber, ein bisschen mehr nochmal Richtung Passionsfrucht. Schöner Schmelz auf jeden Fall, guter Trinkfluss am Gaumen, schön geprägt von einer herben Note. Das heißt, der Wein hat auch einen relativ hohen Extrakt, finde ich. Und die Länge des Weines ist durchaus Mittel plus. Insgesamt von der Stilistik jetzt für einen Weißburgunder eher auf der fetten Seite. Ich weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, ob das der Stil des Weingutes ist oder ob es am Alter liegt. Vielleicht ein Stück weit auch am Jahrgang. 2016 war definitiv ein warmes Jahr. Da kann einem schon mal die Wuchtigkeit ein bisschen davon galoppieren. Aber ein hochwertiger Wein, wie ich sagen würde, mit einer schönen Komplexität, einer großen Trinkfreude. Und insofern würde ich sagen, die Qualität ist ja durchaus als gut bis sehr gut zu bezeichnen. Und das Ganze bei einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. So, dann kommen wir zum zweiten Wein. Ich habe noch ein bisschen Weißburgunder in meinem ersten Glas gelassen, um den Vergleich ziehen zu können. Ich möchte da nochmal in beide Gläser auch parallel hineinriechen. Und dann schauen wir uns auch hier zunächst die Flasche an. Ich muss gestehen, ich habe die Flasche schon eben zum Abendessen aufgemacht. Und bei mir wollten ein Schlückchen, ein Gläschen Wein zum Abendbrot trinken. Und dann habe ich gesagt, heute ist eh Podcasten angesagt. Dann mache ich eine Flasche schon mal früh auf. Und ich hatte eben den Graubergunder aufgemacht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie er mir jetzt gleich nochmal aus Standalone schmecken würde. Also zur Flasche. Wie gesagt, eine schmale, hohe Flasche mit Naturkorken. Das Ganze eben aus Saale-Unstruth. Das nördlichste Weinbaugebiet auf dem Vorderetikett prangt dick und fett der Name Graubergunder. Und darunter die Lagenbezeichnung Dorndorfer Rappental. Und Jahrgang 2017. Das Ganze als Trockenausbau. Und aus einer Winzervereinigung. Also quasi ein genossenschaftlich erzeugter Wein. Würde für mich jetzt sprechen, ohne dass ich es jetzt genau weiß in dem Fall. Für einen Zusammenschluss vieler kleiner Winzer, die sich da zusammengetan haben. Und eben für die Winzervereinigung Freiburg-Unstruth ihr Lesematerial zur Verfügung stellen. Auf der Rückseite ist dann nochmal ein bisschen was mehr erzählt. Und zwar handelt es sich hier ja um ein Prädikatswein. Es steht hinten auch Spätlese drauf. Und eine Selbsteinschätzung würde ich es mal nennen des Erzeugers. Unser Graubergunder Lagenwein präsentiert sich als inhaltsreicher Wein. Mit Aromen von Nüssen, frischer Butter, Birnen und etwas Ananas harmoniert er bestens mit kräftigen Seefisch sowie reifen Weichkäse. Ja, das ist zunächst mal eine Beschreibung, wie ich sie jetzt wie aus dem Lehrbuch für Graubergunder empfinden würde. Viele Birnen, auf jeden Fall reife Ananas. Das ist eben bei gut ausgereiften Graubergunder geht er gerne mal ins tropische, frischer Butter. Ja, das spricht für den biologischen Säureabbau bzw. die malolaktische Gärung, die ja da auch ganz gerne stattfindet im Holzfassausbau. Und aus Essensbegleiter ist der Graubergunder eben kräftig genug, um auch mit fetteren, kräftigeren Speisen es aufzunehmen. Das kann ich auch nur bestätigen. Wir hatten vorher auch Gambas dazu, Perigol-Käse. Also hat er eigentlich eine ganz gute Figur dazu gemacht. Und die Trinktemperatur wird hier von 8 bis 12 Grad angegeben. Das heißt, der Erzeuger sagt uns hier, dass der Wein auch eher ein bisschen wärmer getrunken werden darf oder soll. Ist bei Graubergunder nicht ganz ungefährlich, weil es ja eben schon gerne fettere Weine sind. Und je wärmer, desto fetter werden sie. Aber ich bin gespannt eben hier, wie sich der Wein präsentiert. Ich weiß es ja mittlerweile schon, aber jetzt eben gleich nochmal im Glas. Und ja, es ist interessant, weil es eben das nördlichste Anbaugebiet ist. Das heißt, hier auch anhand schon von der Alkoholangabe mit 12,5 Prozent spricht es für eine sehr kontrollierte Reifung. Vielleicht auch frühe Lese, damit der Graubergunder eben nicht zu fett wird. Und wenn er eben ein eleganter Vertreter ist, kann man schon in der Trinktemperatur ein bisschen nach oben gehen, um auch alle Aromen aufzuschließen und die Komplexität im Glas dann noch zu steigern. Dann schenke ich mir nochmal ein Gläschen ein von dem Graubergunder. Ja, in der Farbe fällt gleich mal auf, es ist ein sehr kräftiges Gelb, fast schon Orange. Ich würde hier von einem mittleren Bärenstein sprechen. Graubergunder lässt sich ja im Glas oft daran erkennen an dem Kupferstich in der Farbe. Den würde ich hier auch attestieren. Es sind kupferfarbene Reflexe, Gold, tiefgoldfarbene Reflexe. Der Wein ist natürlich klar und der wässrige Rand, ja auch mit drei Jahren ist der hier schon ausgebildet, aber bei der Farbintensität auch wenig überraschend. Dann riechen wir mal rein in das Glas, erstmal ungeschwenkt. Ja, und hier ganz, ganz typisch die Burgundernase, noch ausgeprägter, noch typischer wie gerade beim Weißburgunder. Auch hier die Birne kann ich nachvollziehen. Ein Stück weit geht es ins Tropische. Die erwähnte Ananas finde ich jetzt gerade noch nicht, aber ein bisschen die malolaktischen Noten habe ich auf jeden Fall auch. Dann schwenken wir mal. Schauen wir uns, wie ihr uns da gefällt. Ja, und da im geschwenkten Zustand ist die Ananas auf jeden Fall dann auf den Punkt. Und man merkt hier schon, es ist grundsätzlich mal eine breite, eine höhere Kampfklasse. Die Wuchtigkeit ist beim Grauburgunder einfach ausgeprägter. Im direkten Vergleich würde ich jetzt sagen, nehmen sich die Weine jetzt in der Nase noch nicht allzu viel. Das liegt aber eher daran, dass dieser Grauburgunder ein eher eleganter, leichter Vertreter seiner Zunft ist. Und beim Weißwein verhält sich es genau andersrum. Der kommt dem Grauburgunder quasi von unten entgegen. Dann riechen wir mal in beide Gläser nochmal gleichzeitig rein. Ja, was jetzt hier schön dran ist, und das ging es mir quasi auch, ist euch die Gemeinsamkeit innerhalb der Burgunderfamilie zu demonstrieren. Und obwohl die Aromen doch unterschiedlich sind, lässt sich eine Gemeinsamkeit in diesen beiden Gläsern nicht verheimlichen. Der Grauburgunder hat eine kühlere Stilistik fast. Ein anderer Jahrgang, 2017, ganz im Norden Deutschlands, muss also auch ein bisschen sich in der Stilistik niederschlagen. Ja, ich habe es gerade nochmal geschwenkt, die beiden. Wir haben also schon zwei ähnliche Brüder, aber Unterschiede sind feststellbar. Ja, dann probieren wir den Grauburgunder noch. Also die Säure ist mehr im Hintergrund. Da war der Weißburgunder straffer. Dafür ist hier im Mund auch die Zitrusaromatik, die eine gewisse Säure ja suggeriert, im Mund deutlich schmeckbar. Ist aber nichtsdestotrotz auch breiter. Also ich habe hier auch die Birne und die Ananas kommt nochmal zum Tragen. Ein bisschen nussig, ja. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich jetzt bei der Nuss mitgehen würde. Aber insgesamt ist der Wein einfach vollreif. Das liegt jetzt vielleicht auch an dem Spätlesecharakter. Wie gesagt, die VDPler schreiben es ja in der Regel nicht mit drauf. Deswegen kann es schon sein, dass der Weißburgunder auch in Spätlesequalität gelesen worden ist, aber eben nicht erwähnt wird. Insgesamt würde ich sagen, ist der Weißburgunder schon ein Stückchen länger wie der Grauburgunder. Ich probiere auch nochmal den Weißburgunder gerade mal. Ja, im direkten Vergleich merkt man es dann eben schon. Der Weißburgunder kommt trotz allem etwas filigraner, säurebetonter, länger rüber. Der Grauburgunder ist etwas breiter, kürzer, vollreifer, etwas mehr ins Tropische, aber auch eine gelbe Aromatik. Die typische Burgundernase zeigen beide. Ich würde sagen, qualitativ. Also mich überrascht der Grauburgunder sehr positiv. Er hat uns beim Essen sehr viel Spaß gemacht, war ein hervorragender Essensbegleiter. Ich bin von der Machart generell begeistert von diesem Grauburgunder, weil er eben aus einer kühlen Anbauregion kommt, von Leuten, die ihr Handwerk offensichtlich sehr gut verstehen. Ich würde sagen, es ist mit einer der besseren Grauburgunder, die ich die letzte Zeit getrunken habe. Nichtsdestotrotz kann er seine Typizität oder seinen Charakter der Rebsorte nicht ganz verbergen. Soll er ja auch nicht. Mir geht es mehr darum, hier herauszustreichen, dass auch in einem eher unbekannten Weinanbaugebiet ganz im Norden Deutschlands auch hervorragende Weißweine gelingen. Oder vielleicht sogar insbesondere von wuchtigeren Rebsorten, wie es eben der Grauburgunder ist. Und da ist dieser Weißwein, dieser Grauburgunder einfach ein sehr schöner Vertreter, der viel Trinkspaß bereitet, ein guter Essensbegleiter ist und die Eigenschaften des Grauburgunders auf sehr angenehme und geschmackvolle Art und Weise zu präsentieren weiß. Ich habe eine kleine Pause eingelegt, um den Weinen ein bisschen Luft noch zu geben und ein bisschen erwärmen zu lassen. Und da muss ich sagen, ich habe festgestellt, dass der Grauburgunder sich bei zunehmender Temperatur doch nochmal deutlich mehr in die schwerere Ecke bewegt hat. Also um es anders zu sagen, wieder fetter geworden ist, aber das Trinkfenster, wie es auf der Flasche angegeben ist, kann ich durchaus unterstützen. Es ist einfach auch eine Frage der Vorliebe, wie man seine Weine trinkt und dieser Grauburgunder kann man also auch durchaus wärmer trinken. Mich würde interessieren, wie euch die beiden Weine geschmeckt haben, was eure Grundeinstellung in Bezug auf Burgunder ist, ob ihr lieber Weißburgunder trinkt oder ob ihr lieber Grauburgunder trinkt. Lasst es mich wissen auf einer der Kanäle. Als Buchempfehlung dieser Woche möchte ich euch ein Buch vorstellen, das hervorragend zu dem Thema passt. Es geht ja um deutsche Weine und ich habe es ja an vielen Stellen ja schon euch öfters gesagt. Wenn man beim Weinkauf sich nicht hundertprozentig sicher ist, zu welchem Wein man greifen sollte, dann ist ein Griff zu einem VDP-Weingut meiner Meinung nach in erster Näherung zumindest immer eine gute Wahl, weil diese Weingüter und deren Weine einfach durch die Bank weg mit zu dem Besten zählt, was Deutschland zu bieten hat. Natürlich ist es so, es gibt eine Reihe von Weingütern, die nicht VDP-Mitglied sind und dennoch auf dem Niveau und im Einzelfall vielleicht sogar darüber arbeiten und Weine erzeugen. Das hat dann zum Teil verschiedene Gründe, warum diese Weingüter nicht VDP-Mitglied sind. Das sind zum einen Überzeugungen, Ideologien, aber in vielen Fällen auch einfach eine zu niedrige Preisstruktur, sodass sich der VDP auch mit der Aufnahme des einen oder anderen Weinguts auch nach unten preislich absichern möchte. Das heißt für uns Konsumenten natürlich, dass die meisten VDP-Weine auch mit einem gewissen Aufschlag versehen sind, aber meiner Meinung nach eben zu Recht. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, dass viele Weingüter, die auch zur absoluten Spitze Deutschlands zählen, eben sich dann dagegen entscheiden, um eben nicht in diesem Verbandskorsett mit der eigenen Klassifikation arbeiten zu müssen. Nichtsdestotrotz ist die Liste der VDP-Weingüter sicherlich ein kleines Who is Who der deutschen Weinlandschaft. Und zum 100. Geburtstag des VDPs, nämlich im Jahr 2013, ist ein schönes Buch von Ralf Renzel erschienen, Deutschlands Wein-Elite VDP, die Prädikatsweingüter in Deutsch, also es ist ein zweisprachiges Buch in Deutsch und Englisch erschienen, kostet immerhin 70 Euro, ist aber 512 Seiten dick mit vielen Bildern und es sind eben alle VDP-Weingüter beschrieben und der Verband als solches natürlich auch, sodass ich dieses Buch als sehr gelungen und unterhaltsam empfinde und eben auch eine schöne Ergänzung zu unserem Thema deutschsprachiger Wein ist. Dieses Buch könnt ihr wie immer über die Shownotes, über meinen Amazon Affiliate-Link bestellen oder eben findet ihr diesen Link auch auf meiner Podcast-Seite www.weinpodcast.de Dann kommen wir schon zum Wein der Woche, den 64. Wein meiner Podcast-Serie und als Ausgleich zu dem ganzen Weißwein soll es diese Woche ein Rotwein sein. Ja, ich habe mal tief in meinen Weinlagerschrank geschaut und gegriffen. Ich baue ja jetzt in der Corona-Zeit meine Bestände ein bisschen ab und bin auf einen relativ alten Wein gestoßen, den ich in der Anfangszeit meines Weininteresses gekauft habe. Und zwar ein Cabernet Sauvignon aus Australien von dem Weingut Catnook Estate. Und der hat damals stolze 22 Euro gekostet. Das war seinerzeit für mich noch alles andere als gewöhnlich, so viel Geld für eine Flasche Wein auszugeben, insbesondere wenn sie aus der neuen Welt stammt. Catnook Estate liegt ziemlich genau zwischen Adelaide und Melbourne. Also sind wir in Südaustralien und an der sogenannten Limestone Coast. Und dieser Abschnitt nennt sich dann Cunawara. Und Cunawara ist ja so ziemlich die Top-Region Australiens, wenn es um Cabernet Sauvignon geht. Und das liegt an dem berühmt gewordenen Terra-Rossa-Boden. Ein sehr rötlicher, bräunlicher Boden, das von dem rot-braunen Lehm oder Ton her rührt und der meistens auf einem wasserdurchlässigen Kalkstein aufliegt und sich auf diesem Boden einfach der Cabernet sehr wohl fühlt. Er hat eine gewisse Wasserspeicherkapazität, dieser Boden. Er hat aber auch wegen dem Kalkgestein eine gute Drainage. Und die Mineralik auf diesem Boden spielt dem Cabernet anscheinend sehr gut in die Hände. Vom Klima her ist Cunawara sehr ähnlich wie das Bordeaux. Vielleicht ein Tick wärmer, ein Tick trockener. Aber man würde diese Region sicherlich oder dieses Klima mit mediterranem Klima beschreiben. Ja, der Wein an sich kam mit einem Schraubverschluss daher. Selbst nach 14 Jahren kam er deswegen auch relativ frisch und jugendlich daher. Zumindest die Nase kam mir sehr frisch noch vor. Das liegt meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich an dem Schraubverschluss, weil ich ja, wie ich es euch schon öfters erklärt habe, durch den 100% dichten Verschluss der Weine in der Flasche gar nicht oder nur sehr kurz reifen. Ein bisschen dagegen stand allerdings der optische Eindruck, der schon granatrot war mit allerdings immer noch einem schmalen, wässrigen Rand. Also farblich hat sich der Wein weiterentwickelt. Aber der wässrige Rand war für dieses Alter auch eigentlich eher zu schmal, wenn man so sagen möchte. Meiner Meinung nach liegt es auch hier an dem Schraubverschluss. Ja, von der Nase her ein sehr bäriges Aroma, dominiert von Cassis, gefolgt von Brombeeren und Pflaume. Und das Holz kommt natürlich auch schön durch. Ein bisschen raurig, ein bisschen Holz war in der Nase auf jeden Fall auch vorhanden. Und vom Gaumen her eine eher zurückhaltende Säure. Da merkt man es dann schon, dass man hier nicht im Bordeaux war. Die Säure passt aber dennoch ganz gut eigentlich zu der vorhandenen Fruchtsüße. Der Wein hat einen mittleren Körper, einen wärmenden Alkohol, trotz 13,5 Prozent, was ja jetzt nicht übermäßig viel ist. Die Tannine waren kaum noch vorhanden, also sehr geschliffen und zurückhaltend. Der ganze Wein insgesamt kam mir schon ein sehr fruchtig vor. Für Cabernet Sauvignon ein sehr fruchtiger Charakter. Auch hier wieder eindeutig nicht Bordeaux, sondern Neue Welt. Der Abgang war dann aber vom Holz getragen. Also insofern schon auch eine schöne Komplexität, aber eben ein bisschen eine wärmere Stilistik. Insgesamt würde ich sagen, mittelmäßige Komplexität, Intensität. Der Abgang könnte ein bisschen länger sein. Vielleicht war der Wein auch einfach schon ein bisschen drüber. Deswegen habe ich ihn dann letzten Endes auch aufgemacht. 14 Jahre ist jetzt ja schon eine gewisse Zeit. Und da er ja nicht unbedingt fürs Lagern gemacht war, auch wenn es sich um Neue Weltwein handelt, wegen dem Schraubverschluss, sind 14 Jahre sicherlich eine lange Strecke zum Gehen gewesen, für diesen Wein, in der Qualität, wie er dort abgefüllt worden ist. Das liegt jetzt also weniger am Schraubverschluss, sondern eben einfach auch an der Weinqualität als solches. Deswegen hat er vielleicht schon ein bisschen was verloren. Nichtsdestotrotz ein gut gemachter, bäriger, fruchtbetonter Cabernet Sauvenu aus Südaustralien, aus Cunavara für 22 Euro. Und der Jahrgang ist natürlich mittlerweile nicht mehr zu beziehen. Ja, das war's schon wieder mit dieser Episode. WVLG 33 neigt sich dem Ende. Und damit haben wir das Thema deutscher Weißwein auch abgeschlossen. Und die nächste Episode, WVLG 34, erscheint am 21.11.2020 und wird selbstverständlich wieder ein Interview sein, auf das ich mich auch wieder sehr besonders freue, weil es einen besonderen Gast diesmal haben wird, nämlich Herrn Garleitner, seines Zeichens Winzer im Nebenerwerb und eben bei mir ganz in der Nähe das nächstgelegene Weinbaugebiet von München ausgesehen ist, nämlich nicht Franken, sondern das Landweingebiet Bayerwein beziehungsweise Regensburger Landwein. Und Herr Garleitner ist eben Nebenerwerbswinzer in Regensburg und ich freue mich mit ihm über den historisch interessanten und auch kleinsten Weinbaugebiet Deutschlands, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es das noch ist, aber es war eine Zeit lang das kleinste Weinbaugebiet Deutschlands, über den Regensburger Landwein, den sogenannten Bayerwein zu sprechen und Herr Garleitner wird uns dann über die Geschichte etwas erzählen. Wir werden vier Weine aus seinem Sortiment verkosten und ich freue mich eben im Rahmen meines Podcasts, diesem Projekt möchte ich es mal nennen, etwas Präsenz und eine Bühne zu bieten. WVLG 35 erscheint dann schon im Dezember, um genau zu sein, am 12.12.2020. Ich finde es ja irgendwie witzig, wie viel Schnapszahlen ich dieses Jahr bei den Episodennummern und Datums hatte. Und das wird dann der Abschluss für den deutschen Wein sein und wir beschäftigen uns dann dort mit zwei wichtigen deutschen Rotweinen. Zum einen probieren wir den Spätburgunder Grauwacke von Meier Nekel von der A. Das ist also quasi nochmal eine kleine Extension zu dem Interview mit Stefanie, unserer Weinkönigin. Und als zweiten Wein freue ich mich auch besonders darauf, weil es eigentlich das Weingut Deutschlands ist, das ich im Rahmen des Weinwunder Deutschlands von Stuart Pickett besucht habe und somit mir in Erinnerung geblieben ist als mein Kick-Off in die Weinwelt. Ich hatte damals nämlich das Weingut Hänsel in der Pfalz besucht und verkostet, dass er ganz in der Nähe von einem kleinen Flugplatz liegt und deswegen auf den Etiketten auch meistens Flieger zu finden sind. Das hat mich natürlich auch angesprochen, aber der Hänsel macht super leckere Weine und wir probieren dann quasi das mengenmäßig stärkste Zugpferd im deutschen Weinspiegel, nämlich einen Dornfelder, aber trocken ausgebaut. Und da bin ich auch gespannt, wie dann dieser Wein schmecken wird. Also besorgt euch einen Spätburgunder von der A. und einen trockenen Dornfelder aus der Pfalz, am besten von Meier Nekel und von Hänsel. Ja, dann rufe ich euch nochmal zum Schluss auf, bitte benutzt das neue Plugin auf meiner Seite mit den Audionachrichten, wenn ihr bei mir in der Sendung vorkommen wollt, im Rahmen eines Kommentars oder einer Hörerfrage, dann probiert doch mal bitte das neue Plugin auf meiner Seite aus. Ansonsten schaut euch um auf meinen Online-Weinkursen, vielleicht ist ja da was für euch dabei, auch im Sinne des angesprochenen Weihnachtsgeschenkes. Und dann hoffe ich wie immer, egal auf welchem Kanal, auf Feedback, Rückmeldungen, Anregungen, Wünsche, Fragen. Ihr habt dazu das Forum, die Throne-Plattform, die Facebook-Gruppe und natürlich noch ganz oldschool, E-Mail hätte ich fast vergessen, oder auch Twitter. Und dann freue ich mich von euch zu hören und verbleibe in diesem Sinne wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.